Hallo zu einer weiteren Folge von Rot gegen Gelb, Defensive gegen Offensive. Heute mit Mark Zanetti und Riyad Bukhaz. Ein großes Duell steht uns bevor, nämlich Zähler drücken oder Ticker drücken oder wie auch immer, Personenzähler. Das ist ein großer Contest. It's an easy game, but it's a tough game. Wer mehr Klicks hat, gewinnt. Ihr habt zwei Minuten Zeit. Auf die Plätze, fertig, los! Das ist so schwer. Es ist nur 20 Sekunden. Nur eine Hand. Man, my wrist is dead already. What are you talking about, Friedrich? Dude, I watch Jeopardy! for a living, man. I know how to work this thing. I know how to work the clicker. My hands are sweating. Ja, ich bin zu viel Jeopardy, bro. Looking for excuses? Zeit! 40 Sekunden. Oh, fuck. I'm not even gonna tell you where I am. I already have 300. Bro, I can't do it anymore. You need to keep going. You can't break the record. I'm stuck. First minute is over. You're off the player. You want the record? He's 29. Maybe it's a joke. Balls look good. Balls look good. 1-2-3. 10 seconds. 0. Die letzten 30 Sekunden bin ich eingeläutet. Ich kann es nicht mehr tun. Es war 6.29? Ja. Meine Hand sind so schwer, es ist einfach so schwer. Es ist einfach so schwer. Did all the guys do this? Just you two. 15 Sekunden. Was hast du denn? Tell me. Holy fuck, bro. You're going to win this one. Ten. Nine. Eight. Inchbord. Stop. He's on the rise, bro. Okay. 674. 674. 4.65? 4.65. It's a great win for Marc Tenetti. Thank you very much. How do you feel? Everything's fine. I'll just work on my wrist a little bit for tomorrow. Friday's game, you know. Okay. Vielen Dank.